Ich bin eher so eine Eisenhüfte. Du bist ja so ein Brückenpfeiler, ne? Wie Brückenpfeiler. Brückenpfeiler, so wie ich sowas schon höre, weißt du? Ja, stimmt. Nein, okay, die Nicole ist wie ein Blatt im Wind. So schmiegt sie sich den Rhythmen an. Ja, ich bin doch nicht wie so ein Elefant im Porzellanladen, oder?